was geht leute herzlich willkommen bei der zweiten folge von multi nubing und ja wir spielen fifa 14 online saison und so ne ja 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 kein bessere teams brasilianisch spanisch kroatisch und ich glaube der letzte ist ungarner der rechte mit rechts außen da ist mir auch schnuppe also es ist so ablaufen ihr werdet jetzt nicht die ganz also das video wird vielleicht fünf höchstens fünf minuten lang da ich die unwichtigen zehn einfach weg schneide weil es einfach unwichtig ist okay ja ja die kopfwelle sind wirklich ziemlich stark geworden im spiel auch was ein flanke alter auch reingehen können dürfen von mir aus zumindest fuchs bringt die ecke und wer ist da niemand aber wer ist da mit dem lupfer nein 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 oh mein gott oh mein gott junger ja wohin willst du den torwart ich werde auf den spieler und wo landet der ball im aus wofür gibt es da vorteil junger nein wofür wofür gibt es da ein der läuft mir da rein der läuft mir da rein der läuft mir da rein mal rein mei ich weiß es ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß Pfosten! Pfosten! Mein! Vamos a la playa! A mi me gusta! Shalohi! Der Gott der Götter, Junge! Junge, Alter, das... Das... Komm! Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob das ein verdientes Tor war oder unverdient. Also, ich bin der Meinung, er war saumäßig verdient. Nein! 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 Oh! Für wen? Oh! 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 Ja! Julian Draxler, Alter! 2-0, Junge! Oh! Yes! Boah, Alter! Nein! Nein! Na, oh! Wer auch immer dieses Gretsch gemacht hat... Danke! LOL! Was? Was war das für ein Kopfball, Leute? What the fuck? Noch niemals eine Wiederholung gibt es, Alter! Was ein Kopfball war das denn? Oh! Oh, Leute, Alter! Das war so ein übler Kopfball. Inui bringt die Flanke. Wer steht da? Wer steht da? Schalei! Oder auch nicht, weiß ich nicht, wer da stand. Ich konnte nicht schnell genug drauf achten. Ich musste zuerst mal aufs Spiel geschehen. Gucken! Und Draxler ist schneller und... Oh! Aus! Meiner! Und, ähm... Was ich noch sagen wollte, wenn ihr... Oh! Nein! 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 Fuck you, Alter! Oh, Lunge! Oh, Gott! Wieso? Wieso? Okay, was ich sagen wollte ist, wenn ihr vielleicht ein Let's Play FIFA 14 sehen wollt, dann könnt ihr mir das ruhig sagen, oder falls einer von euch Xbox hat und FIFA 14 und Goldmöglichkeit hat, könnt ihr auch mal fragen, ob ihr gegen mich zocken wollt. Ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich, dass so viele das haben, weil so viele haben wir jetzt auch nicht als Abonnenten. Ähm... Na, auf jeden Fall hoffe ich, dass euch die Folge hier auf jeden Fall schon mal gefällt. Äh... Naja. Mehr oder weniger. Das war doch ein Foul! Das war ein Foul! Oh, Alter! Wieso kann der auf einmal... Wieso ist der auf einmal so gut? Mann! Gegner! Du bist schlecht! Du sollst nicht auf einmal gut sein! Oh, schön! Auf, Mandzukic! Nochmal schießen! Schade! Ja, auf jeden Fall gewonnen! Yes! Und, ähm... Wenn euch die Folge gefallen hat von... Äh, wenn euch die Folge von Multinubing gefallen hat, dann, äh, gebt dem Video doch einen Daumen nach hoch! Ja, like you, Iblali! Ähm... Und, ähm... Ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge von Multinubing oder bei einem weiteren Video vor, auf unserem Kanal. Und, ähm... Vielleicht, äh, wenn ihr wollt, könnt ihr manchmal mal fragen, ob ich vielleicht ein Let's Play mache. Ich werde vielleicht... Ich werde sogar vielleicht ein Let's Play von FIFA 4 zu machen. Oh, Gott, ich rede gerade viel zu schnell. Boah! Und, ähm... Wir sehen uns dann, äh... Beim nächsten Mal. Haut rein! Ciao!